Genau Ich sag doch, außer Murch, kannst du gar nichts mehr machen Doch Nein Sicher Ja Cherry 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 Lady Ja Da, Seed Oil Du bist so ein blöder Idiot Seed Oil kann ich dort heraus machen Mhm Ja, wenn du draufklickst, kommt ja Mulch rechts in diesen Fenstern da Aber du musst auf diesen Balken klicken Und steht mal, dass man auf Seed Oil raus machen kann Ja Ja Das Nebenprodukt, was noch rauskam Ich hab nicht auf diese Ja, Mulch ist nebenprodukt Ich hab da nicht auf Seed Oil geguckt Da siehst du Oh Mir sind da die Bienen auch fast voll Das ist das Suppi, das gefällt mir Ähh Wo hab ich die denn aufgebaut? Boah, die Unwurries, alter Da sind sie Was mach ich denn hier grad für Scheisse Was mach ich denn hier grad für Scheisse Weiß ich nicht Eben nicht Monkey Island Was muss ich mal recht geben Was denn? Nix schon gut Was du Scheisse machst? Das hab ich nicht gesagt Musst aber sowieso So Du bist auch Scheisse, ich weiß So Die kann schon mal weg Hi So, ich glaube ein Steck Jetzt hab ich nicht aufgepasst wegen dir Heul doch Ah Ja, ein Steck Wie weit bist du eigentlich mit dem Magiertorn? Ja Ja Ich sag immer so Genau Man müsste mal vorbeischauen Wie so Bist du fertig damit? Nein, fährt ich noch nicht Noch nicht Nein, nein Warte mal, ich mach das mal jetzt auf eine schnelle Weise Um da schnell hinzukommen Mage Teleport 2 Ja Geh doch mal dahin Das ist dann Es ging jetzt schneller Komm du mal her Ach du bist auch schon hier Na klar Ich sag Hanno, fliegt man nur nach oben Ah Ah Das ist ein Zollstein eigentlich zu bauen Hä? Das ist nur so ein Tower Den man auch nur durch die oberste Ebene erreichen kann Und der von den Seiten Ding Das fand ich auch geil Hm? Also lass dich auch so offen Also den Seitenhochgang Ja Cool Der ist halt bedeckt durch die Liaden Ja Alright Und unten habe ich jetzt noch nicht weitergemacht Oh, Creeper Ja Okay, Power ab Creeper Ich will keiner Doch, du willst ihn Ja, ansonsten habe ich noch nicht Hier unten muss ich noch einmal umsetzen Bleiben wir noch bei dem Bücherregal Keine Ahnung, ich bin grad drauf gelogen Ich hab mein Glitsch Achso Wie kann die denn hinterher? Ist ja gut Dann spreche ich halt mit mir selber mit dir zuschauen Ich muss ja nicht mit dir mal reden So Ich weiß ja nicht warum ich das gemacht hab So fail mäßig Durch die Beine in die Treppe Sag ich so Boah Die Seften Ja ich weiß Meinst du ob ich das auch außerhalb gemacht hab Das ist jetzt nur Jodos Zweck nach innen Ich weiß ja gar nicht Es geht auch voll weit nach oben Irgendwie 135 Blöcke oder so Ja Ja 130 Aber ne schöne Aussicht hast du dann nicht Weil du siehst nicht viel mehr Obwohl ich müsste vielleicht Ja du Ne Sieht man auch nicht Aber der Vorteil ist Du kannst ja auch von den Von einer anderen Etage hier hochgehen Nur dass du denn noch ein Drehwurm bekommst Ja Ja und dann mal gucken Ich mach das nur mal zwischendurch Ja immer noch so Du hast ja noch da was zu tun Ich hab bei mir noch was zu tun Und das mit Magie kann man ja immer noch Weiß Anhauchen Irgendwider zurück Weiterbauen So ist das ja So ist das ja schon Ich hab ja auch Bäume ja schon hingepflanzt Darum aber die sollen ja Fettes Wäldchen noch drumherum sein Na Wer war das denn? Ich will eindeutig denken Tess? Ja du hast recht Lalalala Oder? Centos oder was? Ach du mir auch Ich baue es nicht Uua 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 Nein Klar Meinst du ich? Neee Penis Ich glaube eher weniger Penis du? Hey Centos Max Speck Centos Max Speck Centos Max Speck Alter es isst du da Nöp Max 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 Nex Nein 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 Ist ok Ja ja Achja so ist das ja Weil du bist ein bisschen so bämbämm hier So wie du Ich bin halt normal Nee Du bist ein bisschen mehr bämbämm hier als ich Nein 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 Oh ich hab noch Steam an Das ist nicht schön Nein jetzt Jetzt geht mein Handy auch noch ab hier Nein Was ist denn jetzt schon wieder los? Wom geht die mir jetzt alle auf mit Keks? Keks Ja Das ist aber normal Ja Das Schlimme ist Viele wissen mittlerweile dass sie aufnehmen Das ist noch viel schlimmer Wieso? Die gucken sich das ernsthaft dann noch an Oh Die haben mich gefragt wer der andere ist Ich sag so Den wollt ihr nicht kennenlernen Danke Tut euch das nicht freiwillig an Danke Ja was denn? Mir wurde gestern gesagt von fremden Leuten Du hast eindeutigen Schaden Ja so wie du So Ja aber wir können das fremde Leute zu mir sagen Wann sollen sie das? Ich hab doch gedacht ich hab nen Schaden Aber ihr habt doch keinen Schaden Wenn mich das sterben würde dann dürfte man sowas hier gar nicht machen Aber Ihr habt doch keinen Schaden Hast nen Schaden Nein Nein Ach man Scheiß Ding hier Was soll der Kack denn immer Gib mir doch jetzt endlich mal irgendwo euch hier Fackeln Da Warum hab ich nur noch Fackeln dabei Warum hab ich verdammt nochmal so viele von diesen Kartenshare noch Ich dachte ich mach immer nur so viele Dass ich die gerade verbrauche Das ist zu dämlich Nein Ich hab wieder 10 Milliarden Ach ja Sitzt nen Erdblock statt Was ist jetzt los mit dir hier Oh Steve alter Geh sterben Blöd ehrlich Boah Boah Mann So Loch zu Schluss im Profil Ja Was sind wir denn hier Oh ja Leck 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 mich doch am Zückerlier Ne Oder woanders Wo die Sonne niemals scheint Außer ich dreh mich um Hehehe 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 Hat jemand gefragt Centos? Hehehehe Hehehehehe 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 Ah ich sollte immer nicht zu laut sein weil mein Fenster ist auf Hehehe Ja und Wen juckt's? Hehehe Wenn du fragst sagst du Jolo Swag Was geht ab? Jolo Swag Ja Ja was denn? Was heute morgen geschrieben hast Jolo Swag Hehehehehe Ja aber ich weiss garnicht wie ich dir das geschrieben habe Keine Ahnung Irgendwann hab ich dir das geschrieben auf jeden Fall Ja ich weiß Möchte ich auch nicht äääh A... abneigen Ich habe Jolo Swag zu Centos geschrieben weil wir mittlerweile unsere Handynummern haben Und jawoll, ich habe Yolo-Zweck geschrieben. Eigentlich schon von Beginn an. Wann habe ich denn Yolo-Zweck geschrieben, Alter? Selbst die Frage, gehst du überhaupt mal pennen? Alter, ich fahre um... Guck mal, wann schreibst du das? Um 9 Uhr. Weißt du? Und ich habe noch mit dir um halb 4 Uhr geschrieben, also muss ich dazwischen gepennt haben. Könnte sein. Fakt nicht weiß man ja nie. Selbst die Aussage, mein Kollege ist echt dumm, Alter. Er musste grinsen auf die Antwort. Hast du, Mieter? Das ist echt so. Yolo-Zweck, Alter. Der darf auch nicht denken, was bei dir abgeht. Fragt er mich, warum ich so grinse? Hallo? Das ist gar nicht... Ach ja, wir machen jetzt mal. Ach ja, da habe ich ja geschrieben. Und da muss er selbst lachen. Klar, mein Arbeitskollege ist echt dumm. Ich grinse wegen deiner Antwort und der fragt was. Ach ja, dann habe ich Yolo-Zweck um halb 1 geschrieben. Yolo-Zweck. Ich habe ja auch von den... Nein, wo ist ja jetzt meine Maus? Ich habe ja auch von dem... Vor allem Server, die Leute, die Admins, habe ich alle die Handy-Nummer. Mittlerweile... Aber die Gruppe ist noch schlimmer. Die haben auch alle so einen Dachschaden. Ich sollte mal hier eindeutig den Magnet ausschalten. Auch. Was machen eigentlich hier meine Kuhproduktion und sowas? Sieht eigentlich noch hier ganz... Ne? Deine Kuhproduktion macht muh. Die Kühe machen Mühe. Das Gebäude ist wieder so kastenförmig, aber die Kühe machen Mühe. Ah, du Scheiß-Skelett. Das muss auch noch... Darf ich das noch eigentlich? Ja. Ja, ja. Die Kühe, die bangen einfach diesen komischen Dingern darum. Das ist auch ein bisschen blöd. Sagst du doch. Naja, lassen wir mal. Naja, ich lasse die da auch rumgebackt drin. Ist mir egal. Stört mich ja weniger. Die bangen das schon seit Anfang der Beginn, darum. Das ist so richtig. So, warte mal. Vier Festplatten sind oben voll. Ist hier noch irgendein, die rot leuchtet? Jawohl, die fünfte ist auch schon voll. Jawohl. Ja, Jolus. Wie ist das denn? Oh, Krüper, verpiss dich. Die zweite? Alter, sind... Ey, Zendos, da sind vier Typen nur drinnen, ne? Von 63, die er eigentlich aufnehmen kann. Und die Festplatte ist voll. Oh, die fünfte ist... Die fünfte ist gleich auch voll. Ah, ne, die sechste. Die blinkt aber immer. Fällt dir ein, meine Sachen überzunehmen, ne? Bah, Drexi. Bah. Jolus weg. Bah, Drexi. Bah. Ich dachte, sie auch Jolus weg. Was ist los mit dir? Was ist los? Ich wusste aber nicht, warum ich... Ich wusste nicht, warum ich da schreibe, aber ich hatte da das Verlangen danach, dir da zu schreiben. Boah, jetzt wird's hier warm drin, weil ich die Fenster zugemacht hab, aber der Köterbild draußen. Aha. Ah, ich brauch ein leeres Big Pack, was ich wieder nicht hab, also muss ich mir ein neues Craften und schon wieder. Ich hab mittlerweile vier. Ich glaub, ich hab immer im fünften schon rum. Und die werden immer voller. Ich glaub, ich hab irgendwie sechs. Ich glaub, ich sollte mal angewöhnen... Ja, toll, aber ich sollte mal angewöhnen, die Dinger mal irgendwann auszulernen. Essen, Kripp. Boah, hier ist alles voller Monster unten. Farbtasche. Bye. Sag lieber Gott, dass ich noch mehr eine köften kann. Tarn, tarn, tarn. Ne, ernsthaft? Ne, ernsthaft. Ich muss hier... Ich kann mir nix... Ach, nö, komm schon. Warte mal, war das das so? Strings, ich brauch Strings. Ich brauch Doesn't Strings. Hey, wie war das sonst? Ach, das war mit zweimal Leder und sieben Strings. Ach, okay. Ja, ja. Diese ganzen Schatz, man so. Erd. Autsch. So war das so. Machen wir es mal hier. 1, 2, 2, 6. Ja, ja. Autsch. Autsch. Hätten wir diese Ultimate Hybrid Solar Panels singen, ne? Wären wir bis heute noch nicht so weit. Glaub auch. Weil ich würde immer noch dann sitzen, sich am Tonkraftwerk am Laufen zahlen. Weil ich weiß nicht, oder wie viel Jujo Meta hab ich? Oh. 1,6, 9, 6 Millionen. Geht doch. Ja, ja, steigert sich bald auf... Ich sag mal so, wenn wir in einer Woche nicht draus sind, bin ich bei der 2 Millionen. Okay, und dann sind alle Festplatten irgendwann voll. Wieso nicht? Später sind dann, soll ich mal leeren. Weil ich mach jetzt schon ne Pipe. Mit ne Enerchest, dass das, äh... Ja. Richtung Magiertum geht. Okay. Dass wir auf jeden Fall das nutzen können, um... Sag ich mal Glowstone oder Kohle zu nutzen, dieses... Ja, was sind das immer für Dinge? Eigenschaften, ne? Oder? Zum Nutzen. Ja. Aber ich wüsste sonst nicht, was ich damit machen soll, ganz ernsthaft mit Jujo Meta mittlerweile. Ich könnte es verbrennen, wow. Toll. Okay, das passt. Lecker, ne? Das passt. Jetzt will dich ja... Kabel holen, ja. Nom 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 nom. Ja. 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 Oh, Tränky, Tränky. Ui. Das ist doch schon standardmisch, immer in Aufnahmen zu rübsen. Wer das nicht macht, hat gesagt, das ist nicht mehr die Aufnahme. Ich glaub auch. Dann kann gleich gehen. Das mag ich nicht. Nein. Ja, warum auch nicht? Ach, ich wollte... ach ja, Cobblestone wollte ich noch. Cobblestone... Ich kann doch aus Eriometta... kann ich doch diesen komischen Stein machen. Da. Ungeil. Stone. Reception. Das mache ich jetzt eindeutig mal. Proception machst du jetzt? Proception, nee. Codeception. Codeception. Ja, Codeception, genau. Ich tu aber eins, encoden. Also, löschen und code da was neu drauf.